Hallo und herzlich willkommen hier bei den TrueMadeGamers zu einer weiteren Runde Let's Play Minecraft. Ich bin ganz alleine, der Rich Chris ist nicht da und wir sind ja auch in einer anderen Welt. Ich will das ganz kurz erklären, alle die unseren... Ja, ich will es doch erklären, jetzt wollen wir uns erstmal beruhigen. Alle, die unser Let's Play kennen, wissen, dass ich eine Offline-Welt doch gebastelt habe, weil irgendwie ist das Minecraft vielleicht doch gar nicht so blöd, wie ich immer gesagt habe. Ja, alles gut, alles gut. Ja, das habe ich öfter angekündigt und ich habe auch zwischendurch schon mal gesagt, dass ich euch auch mal hier in meine Welt einladen möchte. Und das machen wir jetzt und ich mache dann so ein kleines Mini-Let's Play von, sage ich mal, was immer dann auf unserem Channel erscheint, wenn der Rich Chris und ich mal nicht zum Aufnehmen gekommen sind in unserem normalen Haupt-Let's Play. Denn unser In-A-Noops-World-Let's Play bleibt natürlich unser primäres Projekt auf unserem Channel. Und wie gesagt, hier laufe ich dann mal so ein bisschen durch die Gegend, damit der Channel dann nicht so trostlos wirkt, wenn der Rich Chris und ich mal nicht zum Aufnehmen gekommen sind. So, jetzt haben wir aber auch genug geschwafelt. Jetzt ist es natürlich so, dass das zwar die erste Folge von diesem Mini-Let's Play ist, aber es ist natürlich nicht die ersten Schritte in dieser Welt. Denn ich habe ja nun offline hier schon einiges gemacht und das will ich euch eigentlich in dieser Folge als allererstes mal zeigen, was ich hier so gebaut habe. Da hinten seht ihr schon, geht es in Richtung Heimat und da zeige ich euch einfach mal die Welt. Hier fangen wir schon mal gleich direkt vorne an. Das ist ein wunderschönes Teil, was auch immer, wie auch immer das funktioniert, was hier mitten gespawnt ist. Ich habe es immer schon, also da ist schon einiges von abgebaut. Ich will immer ab und an, wenn ich mal Langeweile habe, fange ich an dieses Ding abzubauen, weil das sieht irgendwie doch ziemlich dämlich hier aus. Braucht kein Mensch. Deswegen sieht das im Moment eigentlich so aus wie eine überdimensionale Laterne hier irgendwie. Ja, das mache ich dann halt auch irgendwann mal weiter. Ja, das, wir kommen im Necro Palace hier. Ja, das ist also quasi erstmal der Eingang, der hier erstmal über diesen wunderbaren, über wunderbaren See hier führt. Also es ist alles hier noch, man sieht ja hier schon, da müsste man ja, das sehe ich ja so schon, sieht das scheiße aus da oben. Hier, da müssen wir auch mal die Steine ändern und das auch mal alles ein bisschen schick machen. Also es gibt hier auch auf jeden Fall genug zu tun. So, herzlich willkommen. Hier vorne ist gleich das allererste Schlafzimmer gewesen. Als diese ganze Bude noch relativ klein war, habe ich hier einfach nur so ein Schlafzimmer gebastelt, hier mit Workbench, Pipapo hier und wir, das war glaube ich mal ein Fernseher. Unter dem anderen Texture Pack war das mal ein Fernseher. Jetzt ist es ein schönes Bild, was einen, wenn man hier morgens aufwacht, sicherlich gleich gute Laune verbreitet. Das ist eine gute Laune-Welt, das gute, das gute, gute Laune-Welt. Ja, hier ist alles, es ist alles noch sehr kahl, es ist alles sehr kahl. Hier haben wir so eine kleine Lichtquelle, habe ich mal hier eingebaut. So ein bisschen Lava, die hier eigentlich, ja, sieht immer so aus, als wenn sie von oben nach unten fließt, aber wie fließt sie eigentlich nach oben? Ja, das ist die Minecraft, die Minecraft Magic. Ja, hier war dann, als ich dieses Ding angefangen habe zu bauen, war dann so die erste kleine Kammer, wo ich die drei Öfen habe und Kisten, die aber mittlerweile leer sind, denn die können wir hier nicht mehr gebrauchen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich hier weitermache. Ich würde sagen, wir gehen erst mal nach unten. Wir fangen von unten an und gehen dann nach oben, denn das hier ist, oh, hier, auch ein Fehler. Ja, was? Gott des Willen, wo? Ich, Gott des Willen, jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Wo ist denn hier einer? Hört ihr ihn? Ja, das ist also unser Keller. Hier haben wir schon ein Torn's Nether. Hier hinten ist eine Höhle, da kann man auch ganz wunderbar, ein bisschen, weil sie ist die schon ganz gut ausgehöhlt, der ganze Kram, also. So ein bisschen, sag mal, der ist doch hier direkt neben uns, oder? Ich weiß es nicht. Also da haben wir auf jeden Fall schon einiges abgebaut, da ist eigentlich auch nicht mehr wirklich viel zu holen. So, also, herzlich willkommen hier im Keller. Hier sieht man auch an der Decke, dass da noch einige Arbeiten zu machen sind hier. Das ist also unsere Schatzkammer. Das ist unsere Schatzkammer hier, auch alles beschriftet. Hier ist zum Beispiel Eisen hier ohne Ende. Naja, ohne Ende sicherlich nicht, aber davon würden wir bei uns im großen Let's Play nur von träumen. Naja, pipapo, hier ist alles drin, was man so braucht. Und hier unten habe ich jetzt eine zweite Etage geschaffen, denn oben die Kisten reichen mittlerweile nicht mehr aus. Hier sind allerdings noch keine Schilder dran. Da war ich im Prinzip jetzt, also hier muss noch einiges gemacht werden. Hier ist meine Rüstung, die ist auch, in Anführungsstrichen, ganz gut verzaubert. Wenn wir die mal brauchen, ist die hier. Und hier habe ich mir ein kleines Kino gebaut. Hier läuft immer noch Star Wars Episode 7. Als ich das Kino gebaut habe, war ich gerade im absoluten Star Wars Hype, als der Film im letzten Jahr im Kino lief. Deswegen läuft auch hier immer noch Star Wars. Jetzt muss ich nochmal gucken. Hier unten ist es natürlich ziemlich dunkel. Nicht, dass mir hier gleich der Creeper das ganze Ding kaputt macht. Ja, das ist also das kleine Kino, was ich hier eingebaut habe. Es ist tatsächlich sehr dunkel. Aber das ist halt auch ein Kino. In dem normalen Texture Pack sieht übrigens diese Leinwand, weil das ist ja weiße Wolle, die Leinwand wirklich aussehen wie eine Leinwand. Durch dieses neue Texture Pack, was wir hier nutzen, dieses City Pack. Sieht das nicht mehr ganz aus wie eine Leinwand. Aber es ist doch relativ chillig hier unten. Alter, der ist direkt neben uns, über uns, ich weiß es nicht. Hier kommen wir im Prinzip nachher wieder raus. Hier gibt es einen ziemlich langen Gang. Aber da kommen wir später zu. Soviel zum Keller. Diese Tür ist eigentlich auch ziemlich bedeutungslos. Denn hier ist auch im Prinzip nur Wege zum Bauen. Also da habe ich im Prinzip nur geforscht. Und hier geht es raus. Na, ihr seht schon, wo wir hier sind. Es ist jetzt auch draußen schon wieder dunkel. Deswegen gehen wir auch gleich wieder rein. Wir könnten im Prinzip auch fast mal schlafen gehen. Also hier ist auch nichts Besonderes. Das sind einfach nur so die kleinen Wege, die man mal so braucht. So, dann können wir also wieder nach oben gehen. Können wir schon schlafen? Wir gucken mal ganz kurz, ob wir schon schlafen können. Ne, ich glaube die Sonne geht erst unter. Geht noch nicht. Okay. Dann nicht. Dann zeige ich euch also ein bisschen weiter, wie es hier weitergeht. Hier kommen wir dann auch nach draußen. Das zeige ich euch auch später. Was machst du denn hier? Hast du hier eine Einladung? Ich glaube nicht. Oh, wenn du mir hier irgendwas zerstörst. Ich sage dir. Wo kommen die denn eigentlich her? Nein! Weiter. Ist das hier zu dunkel oder weiß ich auch nicht? Scheint. Vielleicht hätte ich erst mal das auf Peaceful hier machen sollen. Naja gut. Ja, wie ihr schon seht, jetzt ist es auch draußen dunkel. Jetzt können wir gleich schlafen gehen. Das ist die Aussicht im Prinzip von der anderen Seite. Hier kommen wir dann auch später noch zu, was da oben sich befindet. Das ist also einfach das Zauberzimmer hier. Hier Amboss, Schwamboss und hier Pipapo und der ganze Blödsinn. Ja, ich glaube das erklärt sich alles von selbst. Damit wir hier mal nicht zu viel Zeit verlieren, denn wir haben auch noch einiges zu tun, gehen wir hier direkt mal weiter. Und zwar geht es hier im Prinzip zum Wohnzimmer. Hier habe ich sogar einen kleinen Kamin. Was anderes gibt es hier drin allerdings noch nicht. Ist doch dann relativ trostlos irgendwie. Das ist hier die Ausgangstür, da kommen wir dann auch später zu. Und hier hinten, hört ihr schon, was da hinten los ist, da kommen wir dann auch noch zu. Wir gehen aber erst mal hier weiter. Denn hier habe ich mir so eine schöne Terrasse gebaut. Ja, eine schöne Terrasse. Hier kann man auch, wenn hier denn schon alles stehen würde, hier schön frühstücken, dann kann man hier die Sonne, Pipapo, das ist eigentlich was ganz Feines. Ja, Einrichtung. Es gibt hier in dieser Bude noch generell gar keine Einrichtung. Da muss also noch einiges gemacht werden. Da muss noch einiges gemacht werden. So, hier kommen wir nach unten. Ihr ahnt es vielleicht schon. Direkt hier wieder in unseren Flur. Da nutzen wir die Zeit gleich mal und gehen mal ganz schnell schlafen. Wir gehen mal ganz schnell schlafen. So, gute Nacht. So, moin moin. Ohne Kaffee geht es gleich los hier. Denn, wie gesagt, wir haben noch einiges zu tun. Und gehen hier gleich wieder hoch. So, und dann gehen wir hier mal raus. Da draußen brennt es. Grüß. Och, da brennen ja so einige. Hier draußen, da bin ich noch nicht so ganz mit zufrieden. Hier habe ich irgendwie so ein paar Bäume gepflanzt. Das ist ganz nett. Und hier irgendwie auch einen Weg gemacht. Und hier soll auch noch irgendwas gebaut werden. Aber da fehlen mir im Moment so die Ideen eigentlich. Nicht eigentlich, sondern einfach die Ideen. Was man hier so basteln könnte. So, hier haben wir eine kleine Aussichtsplattform. Hier haben wir eine kleine Aussichtsplattform. Und ihr seht hier schon, wo wir hier sind. Da ist die überdimensionale Laterne. Und das ist unser Weg. So, was haben wir hier noch? Dieses wunderbare Gerüst hier ist im Prinzip unser Lava-Wasserfall. Lava-Wasserfall macht ja auch keinen Sinn von oben. Hier habe ich einen kleinen Brunnen gebaut. Der ist auch einfach nur... Man braucht ihn überhaupt nicht. Hier ist Wasser. Was gibt es hier noch zu sehen? Ich glaube, hier gibt es auch irgendwie gar nichts zu sehen. Das ist einfach nur... Ja, das ist einfach nur... Was wir hier haben, ist ganz wichtig. Was wir hier haben, ist ganz wichtig. Denn dieses hier ist der Grill. Ja, das ist der Grill. Und hier kann... Ach, guck mal. Auch in Richtung. Hier kann man tatsächlich sitzen am Grill. Und ein bisschen abchillen. Und hier natürlich die Poolparty. Die Poolparty mit Glowstone-Lampen da unten am Start. Mit Tag-Nacht-Dimmer hier. Das heißt also, wenn es dunkel wird, fängt das Ding von unten an zu leuchten. Was aber auch noch nicht so ganz perfekt funktioniert. Ja, was das hier ist, ist glaube ich auch selbsterklärend. Eine kleine Wasserrutsche habe ich mir hier gebaut. Macht Spaß. Da können wir nachher dann mal runterrutschen. So. Wenn ich denn das hier mal alles gezeigt habe. Was haben wir hier noch? Durch diese Tür kommen wir wieder im Prinzip hier zurück. Das kennen wir schon. Und hier ist... Hier habe ich mir so eine kleine Viehzucht-Orderung. Organisiert. Allerdings ist hier... Also ich kann euch versprechen, das war alles mal sortiert hier. Hier waren alles nur Schweine. Und hier hatte ich nur Schafe mit Kühen, glaube ich, drin. Und mittlerweile macht hier jeder, was er will. Hier wird einfach nur alles durcheinander gebracht. Warum auch immer. Diese Viehzucht hier auf jeden Fall, die muss hier weg. Die will ich hier weg haben. Die packen wir dann vielleicht da hinten hin. Hier, wo ich im Prinzip diese große Fläche gemacht habe. Hier können wir vielleicht... Dann, weiß ich auch nicht, ein Feld machen. Für die Tiere. Und auch den Dings-Krams da. Möhrchen, Pipapo da anpflanzen. Das kommt vielleicht dann da hinten mal hin. So, hier durch diese Tür. Das kennt ihr auch. Sind wir dann hier wieder. Jawohl. Grüß dich. Und dann sind wir hier. Und hier habe ich versucht, mit Lava irgendwie so einen Untergrund herzustellen. Aber auch das habe ich irgendwie nicht hingekriegt, dass das eine ordentliche Ebene wirkt. Weil jetzt läuft diese Lava hier mal von rechts nach links und von oben nach unten. Und irgendwie funktioniert das auch nicht richtig. Ja, keine Ahnung. Und das hier ist mein Turm, den wir gebaut haben. Das kennt ihr vielleicht auch aus unserem anderen Let's Play. Da haben wir ja auch so einen Riesenturm gebaut in 420 Millionen Folgen. Ja, hier habe ich es mir ein bisschen einfacher gehalten und einfach das nur mit Cobblestorm gemacht. Also mit ganz normalen Steinen. Das ist ja generell alles sehr einfach hier gehalten mit dem normalen Stein. Das ist schnell abgebaut und funktioniert schnell. Schöner geht es natürlich. Hier ist übrigens ein ganz interessantes Konstrukt, was ich hier gemacht habe, um da hochzukommen. Also hier kommt man tatsächlich dann bis ganz nach oben. Dann musste ich ja hier irgendwie zwischendurch diese Dinger hier bauen, damit die Lava, die ja da drin ist und nachts leuchtet, natürlich dann auch bei den Fenstern bleibt. Ja, soweit dazu. Wir sind noch nicht ganz am Ende, also noch nicht ganz am Ende meiner kleinen Welt hier. Aber wir sind am Ende der Folge für heute. Ich hoffe, ihr hattet so ein bisschen Spaß hier in dem Einblick. In der nächsten Folge gucken wir uns dann noch den Rest an, den ich hier noch gebaut habe. Ja, und dann machen wir einfach weiter und ich sage mal, schönen Tag noch. Bis bald.